Ich hätte besser Chloe über das jetzt erzählen sollen. Es ist nur eine weitere Sache, die sie schade und schade machen. Woah, sorry. Rachel hat definitiv mit Frank gehackt. Warum haben sie nicht gebraucht? Leuchtturm. Bericht der Acadia Bay Police, Fall Nr. 678. Berichtender Beamter Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber 18 wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde vom Sicherheitsschiff David Manson gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Mrs. Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnungen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht, als ob der auf sowas Zugriff hat. Einfach so. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Alles klar. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche Drogen. Versuchte, mit Kate über die Party zu reden. Sie war verängstigt und floh schuldig. Ähm. Bist du sicher, dass sie schuldig ist und nicht, dass du dumm bist? Würde ich ja mal behaupten. Das ist so falsch. Oh, creepypastard. Profil von Max Coiffey. Pseudonym im Internet. Mad Max. Max, äh, Max Factor. Neu Angel. Okay, schwarzer Engel, alles klar. Maxine Coiffey. Schülerin blablabla. Max Stundenplan. Oktoberwoche zwei Stundenplan. 2013 bis 2014. Das ist echt creepy. Solltest du den nicht besser wieder ausschalten? Ich weiß auch nicht, ob wir nicht besser durch diese Tür gehen sollten. Jetzt hat sie uns wahrscheinlich da rausgehen sehen. Hallo. Hallo. Gute Abend. David, bist du schon wieder zurück? Ich muss eine Nase nehmen, nachdem ich die Vandalismus-Reporten abgeschrieben habe, letzte Nacht. Was ist passiert? Ein bisschen schüt-ass-Punks broke into the swimming pool. Das ist was passiert in diese PC-Bullshit-Kolleges. Entitled-Students-Takin'-Over-Kampus. Du wirst sicherlich waren es Black Whale-Students? Wer würde das tun? Und ich werde sie büßt. Ich weiß, dass du hier bist. Ist das deine Rachel-Amber-Halloween-Kostume? Du kennst mehr über sie als ich. Nein. Du und Chloe glaubst, du kennst mehr über sie als jemanden. Wie alle Teenagers. Lass Max alleine, David. Stopp-threatening-students. Er schützt sie mit surveillance-kameras. So er kann auf alle anderen. Wie er auf alle uns hier spiegt. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. Du hattest mich als Loser, weil du aus Black Whale getestet hast. Also wer ist der Loser jetzt, David? Wer hast du dich nicht verabschiedet oder verabschiedet? Zwischen deinen Untersuchungen mit Rachel und Kate, was hast du gemacht, außer dass du in Trouble gehst? Mann, es ist gerade echt schwer, aber wir sollten vielleicht echt... Obwohl, es ist schon irgendwie krass, was er tut. Aber wir gucken uns das erstmal an, wir können ja notfalls zurückspulen. Hm? Bist jetzt wohl angepisst? Hm. Wir können ja einfach mal schauen. Ich hab nichts mehr zu trinken. Mist. Okay. Jetzt können wir ja zum Glück alles überspringen. Du bist ein Boll, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Black Hole is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. Uh, you were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Uh-oh. You're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once. Just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Oh. Ah, okay, we're going. Listen. When I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not going to believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that going to prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shippels. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have this money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind, so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank, he needs to check out his RV. and then you rewind after you get the key and, uh, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby-Snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Na gut, ob das so einfach geht, eine Nachricht von ihrem Vater. Deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du dieses Mädchen gerettet hast, genauso wie ich. Dich, äh, dich nach Blackwood zu schicken war das Beste, was du je von uns verlangt hast. Wir waren so stolz, äh, in den Nachrichten von dir zu lesen und ein Video zu sehen, wie du ihr, das, wie du mit ihr das Dach verlässt. Wenn du zum Relaxen nach Hause kommst und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit offen. Kuss Papa. Danke, Papa. Es war chaotisch hier. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später, Max OXO. Genau. Äh, wir haben hier wieder neue Tagebuchseiten. Wieder viel zu viele, oh mein Gott. Und ein neues Bild. Okay. So. Guten Herr, Bacon. Ich bin bereit, wieder zu schlafen. Ach, aber ich brauche, diese Gehe von Frank zu bekommen. Ich wollte nur sehen, was passieren würde, wenn ich das gemacht habe. Ich werde dich töten. Hm. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Ich will den gerade einfach nur ein bisschen provozieren. Okay, das war halt schon irgendwie ein bisschen lustig. Ich weiß nicht, wir müssen den halt so oder so, glaube ich, ein bisschen zu Weißglut bringen. Okay. Hm. Das ist Ihr neue Nickname. Sorry, aber Sie haben es gewonnen. Wir sind alle sehr stolz für Sie helfen Kate. Danke, Officer Barry. Ich war einfach glücklich. Und gerade auf der Zeit. Kate ist die Zeit. Ich bin glücklich, dass Sie die Blackwell Academy representieren. Hmm. Hmm. Zoo. There she is. Thanks, Alfred. I'm glad. Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Hmm. Hat der nicht angeblich letztens im Plateau gewonnen und ist jetzt Millionär? Ach, der ist ja auch hier. Rachel! Ah, was auch immer. Oh, schau, Max Amber. Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you tweed bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principle. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to knock on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Forget I told you that. Seriously. Now get off my crack whore. Keep your pie holes shut. Hmm. Hmm. The creepy tube. Weren't you supposed to keep your mouth shut about the blood oath Frank took for Rachel? Blood oath? Who? What the fuck? I never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser. Even Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So? Rachel wanted Frank's stash. She let him take pictures. Then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Alles klar. Das merken wir uns. Und jetzt könnten wir eigentlich zu Frank gehen, oder? What the fuck now? You know I saw that photo Rachel gave you. Ugh. How do you know about that? Huh? Chloe, right? She just told me that one of Rachel's favorite pictures was the one she did for you. Really? Yeah. I mean that's what I thought. She was just the natural beauty, you know. Wait, wait, let me, let me find it. Here. Judge for yourself. You eat like a pig. Try the floor. I was eating those beans. Are you fu- Okay, das war, äh, nicht ganz so der Plan, aber... Wir sind schon weiter als sonst. Ich find das leider echt ein bisschen lustig, tut mir leid. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. Okay, chill mal, deine Base. Key brought. So. Now back to Chloe. My work here is done here, Frank. Okay, reingehauen. Ach, nicht ihr Ernst. Nein. 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 So, wir haben sie schon wieder gerettet. Das war nah, Alyssa. Okay, Max. Das ist die dritte Mal, dass du mich von Hormsweg rettet hast. Du willst mein Engel sein. Nein, danke dir. Ich habe nichts spezielles gemacht. Du hast deine Geld verdient, durch Kate's Leben auf dem Roof zu retten. Du bist wirklich ein Blackwell-Hero, Max. Ich bin nur glücklich, sie kamen. Kate's eine gute Person. Meine Freundin. Und sie war fast zu Ende von einem Video. Es ist überhaupt nicht so, aber du bist eine fantastische Freundin. Ich möchte sie wissen, wie viele Freunde sie wirklich hat von jetzt auf. Amen zu das. Max, wir sollten sie in der Krankenhaus zu sehen, wenn sie besitzen. Wir sitzen später und reden noch mehr. Okay, alles klar. Gut. Ich würde sagen, wir setzen jetzt aber einen Cut und was uns in diesem komischen Wohnmobil erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. 1 0 0 01 D Untertitelung des ZDF, 2020